Herzlich willkommen bei Hager. Sie interessieren sich für modulare Blendentechnik? Sie soll super aussehen, problemlos passen, schnell montiert und vom Marktführer sein? Dann sind Sie hier genau richtig. Hager entwickelt seine Produkte stets weiter, um die tägliche Arbeit von Elektrotechnikern leichter und effizienter zu machen. Den Beweis hierfür liefern zum Beispiel unsere neuen Modularblenden, die bei Design, Qualität und Funktionalität die Erwartungen des Elektrotechnikers an eine hochwertige Kanalinstallation nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen. Modernes Blendendesign soll vielen Anforderungen gerecht werden. Es muss gut aussehen, es soll dezent sein, es muss den technischen Anforderungen entsprechen. Das neue Blendendesign ist entsprechend flach und sehr passgenau, mit klaren Linien und konsequenten Spaltmaßen. Das macht die Blenden ebenso unauffällig wie auffällig dezent. Neben dem Design haben wir die Materialqualität neu definiert. Die Modularblenden werden in hochwertigem, halogenfreien Kunststoffe ausgeliefert. In Verbindung mit der samtigen Oberfläche fühlt man beim ersten Griff, dass Hager hier neue Maßstäbe setzt. Genauso auffallend ist, dass die Blenden vormontiert ausgeliefert werden. Dies ermöglicht eine schnelle Montage, da die Einzelblende aus ihrer Verpackung entnommen und sofort auf die Kanalsteckdose aufgesteckt werden kann. Ein großer Vorteil der Hager-Blendentechnik ist die Modularität. Hier können beliebig viele Blenden angereiht werden. Dazu werden die vormontierten Schnittkaschierungen kinderleicht entfernt, indem man diese leicht nach hinten gebogen abzieht. Sind die Schnittkaschierungen aufgerastet, bleibt das Spaltmaß aufgrund der Vorspannungen stets konstant. Viele moderne Elektroinstallationen erfordern die Kennzeichnung der Geräte und Zuordnung zu einzelnen Stromkreisen. Hier bietet Hager eine ebenso schicke wie praktische Lösung. Das Kennzeichnungsschild ist immer auf dem eingebauten Gerät befestigt. So ist auch bei Nachinstallation eine eindeutige Zuordnung möglich. Mit der integrierten Designabdeckung entsteht ein moderner 3D-Effekt, welcher der Blende ein einzigartiges Aussehen verleiht. Hager hat sich zum Ziel gesetzt, das flachste und einfachste System auf dem Markt zu haben. Damit verbunden ist ein weiteres Highlight die flachen Zentralscheiben der Datentechnik, die mit der Rahmenblende Universal bündig abschließt. Mit den flachen Zentralscheiben wird die Auswahl der Geräteeinbaudosen ab jetzt viel einfacher. Es ist nur noch notwendig zu wissen, welche Blendentechnik zur Anwendung kommt. Passend dazu wählt man die Geräteeinbaudosen aus. Graue Geräteeinbaudosen bedeutet Hagergeräte mit Hager Modularblendentechnik und schwarze Geräteeinbaudose bedeutet Standardgeräteeinbau für Geräte mit Rahmen der Schalterhersteller. Auch daran haben wir gedacht und bieten neben der Hager Geräteeinbautechnik dem Elektrotechniker die Möglichkeit, sein Lieblingsschalterprogramm einzubauen. Die Modularblenden sind in sechs verschiedenen Farben und in den Größen 80 mm, 100 mm und 120 mm verfügbar. Haben Sie sich für unsere Blendentechnik entschieden, erhalten Sie diese in einem neuen angepassten Verpackungssystem. Sie sehen direkt, was drin ist und haben alles schnell zur Hand. Die Blenden selbst sind einzeln verpackt und können an der Perforierung kinderleicht geöffnet und entnommen werden. Beim ersten Verwenden kann man sich über die auf der Folie aufgedruckten Montageanleitung schnell informieren. So erleichtern wir mit den neuen Modularblenden nicht nur Ihre Arbeitsweise, sondern vereinfachen auch Ihre Logistik. Die neuen Hager Modularblenden sind eine echte Bereicherung für Sie.